Hi Leute und willkommen zurück zu Xenomec Chronicles. Wir möchten einen weiteren Notbarn abholen und ich hoffe, da kommen wir jetzt ganz easy hin. Da müssen wir mal gucken, wie wir irgendwie da oben raufkommen. Na gut, ich werde es euch zeigen, wie wir da rankommen. Ich hoffe, an Schnellen ist jetzt kein großer Gegner mehr in den Weg. Und da war glaube ich... Ne, das war der, den wir abholen sollen. Ach, das wäre auch schon wieder ein neuer. Ach, da haben wir ein Grenier hier. Oh Mann. Voller Grille. So. Ops. Dann haben wir... Und ich haben wir. Der Truner konnte ihr ganzes Gebiet ohne neue Problemchen vermessen. Dienerfreunde waren dabei große Hilfe. Sie sind nicht deine Diener. Okay. Wer darf in ein... Gebt noch einmal kritze Wind, sie bitte. Möden Freunde für Tetrula an Beschützerlein spielen? Ausdringend zu Bursibos. Bursibos Monono ist der Brigadeführer von Transpektorengruppe. Hat behauptet, Schulter von Bionis hätte Riesenschatzi. Wenn Tetrula nur an Bursibos heftet, gibt bestimmt bald Katsching-Regen. Tag und Nacht für Tetrula. Kann schon riechen. Finden Freunde den Gedanken einfach nicht toll? Ändern bestimmt Meinung, wenn Freunde alles direkt von Bursibos hören. Also Freunde dürfen Tetrula dann jetzt zur Ort von Bursibos bringen. Und bitte mindestens wie Prinzessin behandeln. Okay. Okay. Oh ja, komm her. So, Angriff. Kleine Truppe. So. Oh, nochmal verlängert. Schön. Nein, das war falsch. Jawoll. So. Was bist du? Das ist doch nur einer von denen drin. So. Oh, das ging jetzt schnell. Vor allem kann ich noch hacken, aber ich glaube, das traue ich mich hier gar nicht. 68, 68, 68, 68, der ist schon wieder ein bisschen böser, ne? Das lassen wir erst mal. Vielleicht kommen wir später nochmal dazu. Komm mal hochklettern? Ne. Ich dachte, da wäre ein Leiter dran oder sowas. So, hier kann ich hoch und ich hoffe, dann ist das auch schon genau der richtige Weg für den Letzten da oben. Na gut, der Letzte ist es ja nicht, aber den ich halt haben möchte. Ich finde cool, dass die alle mitkämpfen. Das ist mal ein bisschen was Neues. Da macht er jetzt die Sammelaufgabe auch nicht ganz so unerträglich, wenn man davon wirklich aktiv was hat. Klagekante. Ah, hier sind die Fächer schon ein bisschen gefährlich, ja? Oh, wo war das denn? War der nicht irgendwo hier? Schön, keiner wäre hier oben gewesen irgendwo. Komm mal kurz auf die Karte. Irgendwas ist nicht richtig. Ich muss da sogar noch runterspringen. Okay, wir sind irgendwo von hier gekommen. Und da ist er. Ich war auf den Durchgang, oder nicht? Irgendwie zu hoch. Oder? Ich springe mal hier runter. Oh, sind Häuser. Aber ich glaube, das überlebe ich nicht, wenn ich da jetzt runterspringe. So, dann halt hier lang. Da ist auf jeden Fall noch einer. Hier ist nicht unser Schiff. Ja, klar. Warum sind hier mal diese Dinger? Wofür sind die? Ja, jetzt. Wofür sind die? Ich bin viel zertifiziert, doch geduldlich strapaziert. Und Spector, äh, Hexorine ist, ähm, etwas soll. Äh, kann eh abschmieren. Kann nämlich überhaupt nicht arbeiten, wenn Fall futsch ist. Wie soll dann Arbeit gehen? Bitte entschuldig, äh, zuhören. Äh, warum genau wird es denn? Gino will auch wissen. Äh, natürlich, Gino. Wir können gemeinsam fragen. Hexorine, erklärt mal. Für Vermessung von Gegend, glaubt Hexorine Pferde im Boden. Dienen als, äh, Hexor... Was? Hexor... Hexor... Hexorator-Markierung. Was darf ich denn hier rum? Aber wenn zurückkommt, äh, für finale Vermessung, ist bestimmter Fall einfach, äh, Futschikato. Ist nicht mehr witzig. Hexorine hat stets, äh, doppelt, dreifach Prüf wie Prüf gemacht. Ob Fall auch wirklich unverrüttelbar im Boden steckt. Also, falls Freunde gegen, äh, gerade sagen wollten, Wind hätte bestimmt bloß weggepustet, können, äh, Freunde, äh, Stoß für sich behalten. Bitte wüt errichtern, entschuldigen. Will nur fertig werden. Äh, wie wär? Hexorin bewacht von hier aus, äh, von hier. Und Freunde platzt den Fall. Den Freunde roten Fall, äh, bei linken Seeufer. Fall dort ist, äh, noch nie ungewopst, äh, noch nie gewopst worden. Problem ist anderer Ort. Und, äh, zwei Ufer, äh, mit Baum, direkt neben dem Ufer, mit rotem Fall. Also bitte, woki zugi, hingehen und Pfeil dort im Boden klappen. Gut, ich körper mich drum. Hm. Simon Handshake, ich hefft, äh, klappt das, äh, alles hoppigalopi. Aber nur, weil du mir zur Seite stehst, Nene. Okay. Wo sind jetzt der rote Pfahl? Wow, ist der groß. Ähm. Ja, wir gucken erst, wenn wir das Missionsbuch. Exerine. Aktiv. So, gucken wir doch mal. Äh, ich fall hier einfach mal runter. Gut, hat geklappt. Okay, das sind die Oga oder so. Wow. Wo ging jetzt her? Nein. Achso. Ähm. Au. So, Leute, angreifen. So, fast... Okay. So, fast. Boom! Nein! So, jetzt haben wir wohin laufen? Hier runter. Okay. Boah, so einen riesen Umweg? Ja, die wird gleich da anders runterfallen können. Na gut, wir folgen einfach den Weg. Ich denke mal, der wird ziemlich weit weg sein. Aber wir müssen quasi wieder auf die andere Seite zurück. Hier wird es wirklich gerade so. Ah, dann kann ich jetzt die Kiste mitnehmen, ist auch schön. So. 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 Wir haben eigentlich schon fast gewonnen. Wie nix. So, das war der. Geht aber mit. Feinstes Fell. Aha. So. So. Die Zeit? Nein. Steht da nicht ein. Ich würde das kriegen. So. So. Oh, da kommen noch zwei. Ein bisschen. Ist das? Die Knollung wirft schwankende Feindungen. Aha. So. So. Wirklich. Ja, cool. Komm schon. Aha. Wir haben es. Fauler Gorillus. Und sollte uns auch eigentlich gar nicht angreifen. Egal was wir tun. Wer so faul ist. Wie er vorgibt. Das sind aber auch weite Wege hier mit den Heinis. Geht ja gar nicht. Das ist immer so ein bisschen doof, wenn man solch lange Laufquests hat. Wo einfach der Sinn, dass hier um einen riesigen Berg läuft. Wäre ja auch vorher auf die Karte gucken sollen. Hey, vielleicht irgendwo ins Wasser springen können. Da stirbt man ja nicht bei. Außer noch ein Bauchkletscher. Zack. Das tut weh. Je nachdem wie hoch man ist. So, da vorne sind wir. Ich hätte einfach von da irgendwo runterspringen können, oder? Naja. Jetzt weiß ich wenigstens wem die ganzen Pfähle hier gehören. Ich denke hier sind wir richtig. Alles klar, der Fall steckt tief und fest. Das werden wir aktualisiert. Und wir als solche. Ah shit. So. Oh. Nehmen wir mal mit. Müssen wir noch irgendwie rausfinden, wo der letzte ist. Wie wir an den rankommen. Kann ja eigentlich nicht so schwer sein, oder? Wie viel Cola haben wir eigentlich jetzt gerade? Kann man das irgendwo sehen? Bestimmt irgendwo, ne? Ausrüstung. Ist das da irgendwo? Ne. War ja pro Ausrüstung. Ich kann ja bestimmt. Angriff runter. Warum nicht? Schlafresistenz. Und nochmal. Oh. Lebungsresistenz. Kann nicht schaden. Muss ich auf jeden Fall sagen. So. Wie komme ich an den da ran? Kann ich wieder wirklich von oben irgendwo runterfallen? Ja. Hm. Im Prinzip habe ich da gar nicht gegen. Da habe ich nichts wirklich dagegen. Aber. Ist halt schon ein bisschen nervig, ne? Wenn man hier so kreuz und quer nur für eine sinnlose. Ich stelle einen Fall auf Questrad. Hm. Jetzt fängt es ins Landfahren besser. Damit man schön weite Wege laufen darf. Da kommen wir nicht rauf, oder? Na doch. Passt. Schön. So. Und das hier nochmal mit. Wieso nehme ich nicht einfach eine Leiter mit? Die so. Keine Ahnung. 100 Meter hoch ist. Ah komm. Und dann möchte ich mich eigentlich nicht anlegen. Die sehen, glaube ich, ein bisschen stark aus, weil die zu dritt sind und dann auch gelb. Das ist vielleicht ein bisschen zu gefährlich. So, und hier kann ich jetzt runter. Jawohl. Von hier aus jetzt da hin. Ja, ich will einfach runterspringen können. Oh, Mann. Ich hätte mir zumindest den Weg da runter schon mal gespart. Mhm. Hexarine hat genau gesehen, war bolliges Truthanviech, hat einfach freigemobst, als wäre Geburtstagsgeschehen. Ja, was soll? Wo bleibt Respekt vor irgendeiner ehrlicher Arbeit von Hexarine? Für skandalöse Frechheit, Gipfel von Lümmelei. Ja, ist zu viel für Nervenkostüme. Und einer von Hexarine, braucht Verschnaufi-Pause, sonst kippt um und rollt back runter. Ihr könnt nur noch Freunde und Hilfe bedingt, der Auftrag sicher ganz direkt. Und ohne Papierkram an, ja? Der Auftrag lautet, Bitte fieses Vogelherren verdreschen und Fall wiederholen. Fiedervie ist getömt in Richtung von Verbündetenkapp. Bitte folgen, Hoppigaloppi. Und dann gibt ordentlich Kloppi. Oh nein. Nochmal den ganzen Weg, das ist nicht bei Ernst. Karte. Ja, ich kann einfach gerade runter. Ach, komm. Das ist nicht in dem Ernst. Er denkt sich solche Quests bloß aus. Das sind doch einfach nur reine Beschäftigungsmaßnahmen. Kann keiner noch sagen. Wenn wir das haben müssen, müssen wir eigentlich im Fall noch mal wieder reinstecken. Wenn sie daran gedacht haben, was ich hoffe, müssen wir nicht zweimal laufen. So, man will das gut an, der kann ja eigentlich auch nichts. Der Laser hat das jetzt nicht so schwer sein. War hier unten nicht irgendwie, diese starken Viecher? Hä? Ich dachte, meine. Ach, shit. Ich bin schon wieder falsch. Ich muss von oben rangehen. Kann ich an dem vorbeikommen. Schau, dass er nicht mehr klettern kann oder sowas. Das ist ja nice. So, Karte. Ich muss irgendwie da lang, ne? Ich hatte doch neulich... ... in den Weg gehabt, dass ich da runtergucken konnte, oder nicht? Was ist denn geil, komm ich hier eigentlich an? Aha. Ach, Mist. Irgendwie bin ich vollkommen falsch. Wer war da oben schon mal? Wir haben die schon mal von oben gesehen. Was ist denn ernst? Oh, Tosha. Oh, Tosha. Oh, Tosha. Ah, wo war das? Ich weiß, dass das ging. War es hier hoch? Hm. Wir gucken einfach mal. Oh. So. Erstmal Schilde verteilen. Was ist denn wehgetan? Oh. Oh. Das ist eine kleine Target. So. Ich bin echt mutig, die Viecher dafür, dass es Pflanzenfresser sind. Ach, kaum. So. Jetzt kann ich doch von hier aus, da runter gucken. Genau. Dann komme ich doch bestimmt an denen noch vorbei. Wann die das hier irgendwo? Nee, kann doch nicht. So, da kann ich doch dann vorbei. Ganz gemütlich. Das ist alles was ich wollte, einfach nur an denen vorbei. So. Und hier runter. So. Oh nein. Okay, 68, 68 können wir schaffen. So. Ach, guck mal. Du spielst sogar noch nicht ein. 2, 3? Was ist jetzt los? Wow. Ich habe jetzt gar nicht gerechnet. So. Ach du Schande. Oh nein. Ich habe schein verloren. So. So. Und die Schilder. Was ist er denn? Oh, entweder was er nicht verwegen. Da liegt der Oh, ist das ein Gewusel Jetzt dreht er sich denn Ah, den Target, na toll Ach so Oh, ich auch What the fuck Warum sind die so stark Heftig Es wurden so viele plötzlich Krass Ich dachte, ich mache nur den einen fertig Okay, dann kommen die zwei kleine Und dann kommen noch zwei große Affen Warum? Wo kamen die her? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden Wo die herkamen Oh ja, hier kommt Da haben die mir auch noch die ganze Zeit den Weg blockiert Dass sie nicht vernünftig von hinten angreifen kann Was war das? Das sind die Da vorne auch gleich wieder runterspringen Zack Einfach nur wow So, dann werden wir aber hier den Part beenden Und dann erstmal gucken, ob wir die einzelnen irgendwie kaputt kriegen Bevor wir da den nochmal angreifen machen Dann machen wir erstmal den hier vorne kaputt und den da oben vielleicht noch Keine Ahnung So, jetzt beenden wir jetzt erstmal hier den Part Und gucken dann beim nächsten Mal, wie wir die Mission vernünftig abbewältigen Bis dahin dann Ciao